Ja, hi. Hallöchen. Hallöchen. Ja, ich bin's. Ach, Panzer. Kannst du nicht? Also, ich muss mal sagen, also eins muss man bewundern, was mit Mädeln Bambi alles so erfahren hat und allein musste im Leben. Und es ist schon eine Sauerei, wenn Menschen, die relativ gesundheitlich gut begünstigt sind, ja, mit ihrem Bambi mal abgesehen, dann sich so aufregen, so künstlich, moralisch hochrechnen, ja, als wären sie was Edles, was Göttliches, ja, und ich muss sagen, für mich ist es nur Abscheu. Puh, mir fehlen die Worte, Panzer. Ich weiß nicht mehr, wie ich die Leute, also wenn ich die beschimpfen würde, fange ich mir locker an und gegangen für 2000. Also ich sage besser nicht, was ich denke. Ja, ist lustig. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Also, noch einmal, die Leute, die jetzt über sie herziehen, sollen sich eins mal vergewissern, wenn sie das leiden, was sie nicht durchmacht, die je erlebt hätten. Würden sie das Maul nicht aufmachen. Sollte ich gerade sagen. Und das ist das Arno. Deswegen, egal, daumen hoch, war für dich und Anni, halte durch! Jawohl, so, alles klar, Panzer, danke. Danke. Tschüss.